So, ich habe ein weiteres Buch bestellt und es ist in Deutschland und das ist Woodworking. Das hatte ich schon mal, das ist weggekommen. Das müsste ein Bibliotheksexemplar haben. Das ist nun der Complete Manual of Woodworking. Sehr schön. Ich hoffe mal, dass das nicht weg kommt. So, ich hoffe mal, dass das nicht weggekommen ist. Das ist dreimal übergräbt worden. Das gibt man im Zweifelsfall auch aus dem Negegrösel. Also zweimal übergräbt, da sind drei drauf. So, ich hoffe mal, dass das nicht weggekommen ist. Das ist nicht weggekommen. So, ich hoffe mal, dass das nicht weggekommen ist. Vielen Dank.